ARD Text im Auftrag des ZDF Mann, das kennt man doch, mach mal was Neues. ARD Text im Auftrag des ZDF Jetzt sag ich auch noch ganz kurz was dazu. Ich hoffe euch gefällt das. Ich bin immer noch nicht sicher wie ich es nenne. Lucky Pack? Ja, ich denk dann einfach. Jedenfalls ist es auf jeden Fall ein Text im Auftrag des ZDF Ich hoffe es gefällt euch. Mir persönlich gefallen die Schmerzen eigentlich recht gut. Keine Ahnung. Sie sind halt so... Edited Fatual, aber... Kann man sich halt echt gönnen. Ich hoffe es gefällt euch. Ich hoffe es hat auch das Video so ein bisschen gefallen, weil es nicht so... Extrem spektakulär aber trotzdem. Viel Spaß mit dem Pack und fröhliches Combo. Mute Mute